Hey, hey, Gandalf! Ja, was ist, Frodo? Ja, hey, hast du was zu brauchen? Ich? Nein, wie kommst du darauf? Ja, ich hab doch genau gesehen, wie du vorher noch einen Joint gezogen hast. Hey, Gandalf, hast du Bock zu rappen? Was? Zu rappen! Einfach so, oder? Ja! Ja, auf geht's! Ja, ja, das ist Gandalf mit seinem riesigen Zauberstab. Aber ich mein nicht den, den ich in der Hand trage, sondern den, den ich unten drin hab. Also pass mal auf, Gandalf geht jetzt zu rappen ab. Denn ich rauch mein Joint jeden Tag und ich rauch auf in jeder Frag. Und ich rauch in der Stadt, rauch auf dem Parkplatz. Ich weiß, ich bin nicht der Beste, aber ich weiß, ich hab ne Weste. Ich weiß, die ist grau, ich hab nen Hut und er steht mir nicht so gut. Aber scheißegal, ich hab nen Bart, der ist abnormal, lang. Und ich weiß, was noch lang ist, das hängt an mir runter. Und das ist mein zweiter Zauberstab. Das ist der Herr der Ringe Zauberstab. Und ich bin nicht mehr ab, weil ich einfach... Hey, hey, was ist los? Meine Hand ist groß. Hehehe.